Das ist folgendes, wenn man jetzt hier so durch ein Glas durchschaut, dann hat man seltsame Effekte. Es wird einfacher, wenn man hier so einfach mal Licht, das ist hier Glas, dieses Ding ist Glas, durchschickt. Ein Teil wird reflektiert, Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel und ein Teil wird, man nennt es gebrochen, weil es hier so einen Knick gibt. Den Knick kann man sich anschaulich erklären, da gibt es zwei Erklärungsmodelle, die Kutsche und den Rettungsschwimmer. Ich fange mit dem Rettungsschwimmer an, also der Rettungsschwimmer möchte hier von A nach B und diesem Menschen helfen. Und er ist am Strand schnell und im Wasser langsam und ich habe hier so eine Grenze. Und jetzt wäre dieser Weg hier der kürzeste Weg, metermäßig, aber nicht der schnellste Weg. Der wahrscheinlichste Weg ist dieser rote Weg, also der Rettungsschwimmer läuft hierher, bis er da so 90 Grad hat und geht dann zu dem Schwimmer. Der Rettungsschwimmer könnte aber nach dem zeitlich perfekten Weg suchen, wenn er erstmal das in den Taschenrechner eingibt. Und das könnte möglicherweise dieser grüne Weg sein. Also da ist er schon länger am schnellen Strand unterwegs, kürzer in dem langsamen Wasser, aber vielleicht ist er ein bisschen perfekter als der rote Weg. Jetzt müssen wir mal das Zeug hier wieder alles wegmachen. Genau. Und Licht wählt, also bei Licht, wenn Licht durch so ein Glas tritt, Licht hat also eine Luft, eine Geschwindigkeit von 300.000 km pro Sekunde. Also das ist mehrfach um die Erde in einer Sekunde. Und hier bin ich und in Glas nur so grob 200.000 km pro Sekunde etwa, weil jedes Glas ist anders. Und Licht wählt den schnellsten Weg. Also das kann man natürlich nicht denken, aber es geht immer den schnellsten. Das heißt, also Licht geht das, was hier dieser grüne Weg ist. Daher kommt der Knick zustande. Also wenn das jetzt hier sehr langsam ist, dann macht man eher so einen harten Knick. Dagegen, wenn der Unterschied nicht besonders groß ist, dann wird man relativ lang am Strand laufen und einen eher sanften Knick machen. Also dieser Knick, der hängt immer zusammen von der schnell-langsamen, also wie groß diese Differenz ist. Und das kann man auch mit der Kutsche erklären. Also dieses kryptische Ding, das soll jetzt eine Pferdekutsche von oben sein. Also das ist da ein Pferd, das hat hier Ohrwaschel und hier ist vielleicht der Sattel und da sitzt jemand mit dem Hut von oben. Und jetzt guter Weg, schnell, Schlamm, langsam. Also wieder diese schnell-langsam-Differenz. Und das Pferd geht auf diese Richtung und der Kutscher schläft. Und an der Stelle ist das eine, das blaue Rad hängt schon im Schlamm fest und das andere Rad kann sich noch frei drehen. Und deswegen macht diese Kutsche an der Stelle so einen Knick. Sobald hier beide Räder im Schlamm sind, geht es gleichmäßig weiter. Und auch so kann man erklären, warum aus schnell-langsam ein Knick kommt. Also würde ich gerade gehen, hätte ich keinen Knick. Das ist auch so bei dem Glas. Also bei gerade kein Knick. Und das war die Brechung. So kann ich mir hier diesen Knick erklären vielleicht noch. Ohne irgendwelches Glas nimmt Licht den schnellsten Weg. Und das ist der gerade Weg. Und deswegen ist Licht immer perfekt gerade. Und das ist das, 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 Vielen Dank.